Was ist mit dem Zauberer von Ost? Ähm, okay, gut, nicht direkt mit dem Zauberer von Ost, aber angenehm an den Zauberer von Ost. Man könnte das sozusagen, äh, wie eine Metapher ansehen. Ähm, don't be lost, she. Wer den Zauberer von Ost nicht kennt, hat was von Ost. 2 3 250 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020